Und daher jetzt zu den Core-Spreads. Opa, da ist die Folie ein Stück weiter hoch, aber es ist nicht so dramatisch. Spreads sind generell die Differenz zwischen An- und Verkaufspreisen. Sehen wir jetzt hier, jetzt haben wir da im Hinterslide einen kleinen Bug. Ich sehe, die Folie ist nicht ganz so konfirmt, wie ich es mir wünschen würde. Aber das ist praktisch ein Screenshot aus dem Metatrader. Und Spreads sind letztlich die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, die praktisch vom Markt vorgegeben wird. Der Markt, also besser gesagt die Stelle, von wo der Preis ja kommt, die haben wie gesagt An- und Verkaufsspann und der Spread wird als solcher bezeichnet. Sehen Sie jetzt in der Metatrader 4 Plattform hier mal dargestellt. Schauen wir uns aber nachher noch ein Stück weit genauer an. Die Ausführungsqualität von Take Profits und Stop Loss, Details dazu auch später, sind wie gesagt ganz entscheidend. Und ich sagte vorhin schon, Marktrealität oder Schein. Der Unterschied fällt letztlich zu Ihren Kosten. Sprich, haben Sie erhöhte Handelsgebühren? Jetzt hat sich die PowerPoint-Präsentation hier ein Stück weit verschoben. Ist aber jetzt weniger dramatisch, will ich hoffen. Sie sehen, wenn die Handelskosten steigen, dann fällt im Umkehrschluss die Performance. Das ist genau das, worauf Sie natürlich hier Wert legen sollten, darauf zu achten. Haben Sie erhöhte Handelskosten, erhöhte Handelsgebühren? Dann ist es natürlich so, dass unterm Strich die persönliche Performance leidet und der versteckte Profit sozusagen aus der Geschichte ableiten. Zum Beispiel bei überdehnten und aufgeblasenen Spreads, auch bekannt als Market-Up-Spreads, ist natürlich genau das, wo der Broker nebenbei ein Stück weit Geld verdient und das eben ungerechtfertigt, weil das nicht die realen Preise sind. Mal so als Richtwert, wenn Sie Euro-US-Dollar zum Beispiel handeln und Sie haben einen fixen Spread, der ja auch von einigen angeboten wird und der ist zum Beispiel größer als 1,5 Pips, dann wird es ein Stück weit schwierig in Sachen Transparenz, weil hier doch schon ordentlich was draufgeschlagen ist an die realen Interbanken-Course-Spreads, wie wir gleich sehen werden. Und JFD ist nicht ohne Grund bei institutionellen Adressen wie zum Beispiel Family Office oder auch Vermögensverwaltung gern beliebt. Warum? Das hat seinen Grund, weil natürlich hier mit Fairness und Transparenz gearbeitet wird und eben nicht hintenrum so ein Market-Up-Spread geboten wird. Und wir bieten da ja auch zum Beispiel nur ein Konto für alle an. Ja, das ist nicht so Platin-Trader, VIP-Trader oder was weiß ich, wie sie es schimpft. Solche Kontoabstufungen, ja, bei uns wird jeder Kunde, ob das der kleine Hobby-Trader ist oder der institutionelle Vermögensverwalter, die bekommen alle den gleichen Zugang. Das heißt, der kleine Retail-Trader, möchte ich mal sagen, oder auch der Hobby-Trader, der hat denselben Marktzugang wie der institutionelle Bereich und das denken wir ist eben nur fair. Und darauf sollte man sich auch konzentrieren bei der Auswahl. Also nicht so eine interne Klassifizierung nach dem Motto, du kommst jetzt mit 10.000 oder 50.000 Euro und bist jetzt Premium-Kunde und der andere, der mit 5.000 Euro oder 1.000 Euro kommt, sich versuchen will, der wird gleich mal abgestuft und kriegt schlechtere Preise. Das kann es ja irgendwo nicht sein. Deswegen immer darauf auch achten. Gut, fahren wir fort. Was sind Spreads eigentlich? Da kommen wir mal hier ein Stück weit rein. Hier auf unserer Startseite, jfdbrokers.de, sehen Sie direkt immer, das ist unser Begrüßungsfenster, viele, viele Gimmicks, Aktionen. Wir sind auch im Dezember erst vier Jahre alt geworden. Da haben wir auch so ein kleines Prepaid-Programm, also so eine Art Handelsgebühr, die natürlich Einfluss auf Ihre Performance ausübt. Können Sie hier sozusagen vorab erwerben, um Ihre Performance zu steigern. Schauen Sie uns das einfach mal an. Ganz spannend. Aber die Spreads, was sind die eigentlich? Da sehen Sie weiter unten auf der Website, das hole ich jetzt mal ins Bild, schwupp, das klappt prima, sehen Sie Live-Spreads, also pure Transparenz. Sie sehen hier die Top Ten der Währungspaare und da ist auch der Goldpreis noch dabei, XAU-USD und das Live. Sie sehen hier die blau unterlegten Zahlen oder hier die Spreads letztlich. Die tickern hier live durch, wie der aktuelle durchschnittliche Spread in der Handelscommission ist. Also Euro-Dollar zum Beispiel, augenblicklich, wo ich den Screenshot geschossen habe, 0,2 Pips. Das ist die Pipette. Wir werden nachher sehen, was die Pipette ist. Das ist praktisch die fünfte Nachkommastelle beim Euro-US-Dollar. Und das ist der reelle Spread, den es im Interbankenmarkt zu holen gibt. Und wenn Sie da einen Spread sehen bei einem Broker von 1,52 Pips, also nicht die Dezimalstelle 0,2, sondern eben 1,5 oder 2, dann stimmt da absolut irgendwas gar nicht. Und der Preis, den Sie durchgeroutet bekommen, das ist nicht der, den der Interbankenmarkt darstellt. Denn das, was Sie hier sehen, kriegen unsere Kunden in ihren Account geschossen und zu den Preisen können Sie abfeuern. Und der durchschnittliche Spread, der ist seit dem Schweizer Franken-Crash letztes Jahr im Januar ein Stück weit gestiegen, aber der bewegt sich zwischen 0,2 und 0,3. Wir sind hier immer noch deutlich im Dezimalbereich und nicht irgendwo fern von 1,5 oder höher, Pips, sondern Euro-US-Dollar als Maßgabe, wie gesagt, hier immer schön in der Übersicht zu sehen. Und da sehen Sie eben auch die anderen Währungs-Pairs, US-Dollar, Yen, British Fund, US-Dollar, also die Major-Pairs in Ihrer Spread-Aufstellung. Und holen Sie sich da einfach mal einen Blick und vergleichen Sie das mal mit Ihrem Broker. Es wird spannend sein, was da für Differenzen auftauchen. Gut. Darüber hinaus sagte ich ja gerade die Pipette. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr Education hier nach vorne stellen, aber Sie müssen natürlich wissen, an welcher Kommastelle hier eigentlich Geld verdient wird. Und viele Broker, sehen Sie nachher auch noch, die bieten in ihrem Metatrader teilweise nur vier Kommastellen nach der Währungseinheit eben hier vorne auf. Und das ist natürlich starker Tobak, denn wie gesagt, es gibt fünf Kommastellen. Es gibt sogar im Interbankmarkt natürlich noch viel, viel mehr, aber für Sie interessant auch durchaus die fünfte Kommastelle. Und das ist praktisch wie bei dem Tankstellenphänomen die fünfte Nachkommastelle, die im Prinzip aber entscheidend ist, wenn man wirkliche Unterschiede darstellen will. Und hier Euro-US-Dollar, wie schon gesagt, Londoner Session zwischen 0,2 und 0,3 Pips. Es gibt natürlich Handelszeiten, da sind wir auch bei 0 oder 0,1, wenn die Volatilität sehr gering ist. Aber hier Londoner Session 0,2, 0,3 und hier auch nochmal der Durchschnitt der größten Währungspaare. Und das sind die realen Interbankenpreise. Also das ist jetzt hier kein gemaltes Bild oder irgendwas, was wir noch türken, sondern das ist das, was Sie in Ihren Account bekommen. Und deswegen sagen wir, kennen Sie Brokers mit Spreads, die gibt es heute bedauerlicherweise immer noch, von 2 bis 3 Pips. Das heißt, auf Ihren Ankauf-Verkaufspreis haben wir eine Spanne zwischen 2 bis 3 Pips. Das ist natürlich fern jegliche Realität. Und jetzt kommt es. Das muss nicht sein, denn faktisch bereichert sich der Broker an Ihnen. Und was wird das am Ende? Sie hängen am Baum und verhungern buchstäblich. Ihre Performance ist weg, Sie sind weg. Und unterm Strich, die Handelskosten, gerade bei aktiveren Tradern, ist elementar. Und der Broker lässt Sie hier buchstäblich hängen. Sie verhungern am Ast letztlich, weil der Broker sich unnötig bereichert und da an Ihnen Geld verdient. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Deswegen sagen wir, wir verstehen das nicht unter Fairness und Transparenz. Deswegen fragen Sie Ihren Broker, und da kommen wir auch noch zu in diesem Vortrag, nach der Post-Trade-Transparenz. Denn so wird klar, ob Ihr Broker reale Interbankenpreise und Spreads anbietet. Überdies wird klar, ob er ein Market-Maker oder ein Dealing-Desk ist. Das heißt, ob er die Order, wenn er sie denn bekommt, überhaupt weiterleitet. Oder in Hause eine Abteilung sitzen hat, die gegen Sie handelt. Stellen Sie sich das mal vor, der Kunde handelt, oder Sie oder ich, bei einem Broker, der eben Dealing-Desk ausübt. Und da gibt es eine ganze Armada an Leuten, die gegen Sie handeln. Das heißt, der Broker verdient nicht nur den Spread und die Commission oder als Handelskommission, sondern wenn Sie falsch liegen, verdient er auch noch Ihr Geld. Und das können Sie rausfinden, wenn Sie mal Ihren Broker vorsichtig anfragen. Wie sieht es denn aus, Post-Trade-Transparenz-Report? Sie sehen gleich, wie das auszusehen hat. Und wenn er da natürlich ins Straucheln kommt, dann wissen Sie, woran Sie sind. Und überdies können Sie auch leicht feststellen, ob er überhaupt eine Market-Maker-Lizenz hat oder nicht. Wenn ein Broker eine Market-Maker-Lizenz hat, stelle ich mir die Frage, warum hat er sie? Die sollten Sie sich auch stellen. Wenn er kein Market-Making betreibt, braucht er im Prinzip auch so eine Lizenz nicht. Also, das eine liegt nahe bei dem anderen. Durchaus mal durch den Kopf gehen lassen. Wohlmöglich eben noch mit dem Dealing-Desk an den Verlusten des Kunden zu partizipieren. Das ist praktisch der Todesstoß der Intransparenz und des Ausbeuten des Kunden. Sie erinnern sich an das Bild mit dem Tierchen da am Ast verhungert. Das kann so nicht sein. Deswegen grundsätzliche Fragen zu klären. Besitzt Ihr Broker die Market-Maker-Lizenz? Wenn ja, warum handelt er dann überhaupt fair? Macht in meinen Augen keinen Sinn. Dann echter DMA-STP-Broker. Wie war Nachweis? Post-Trade-Transparenz-Report anfordern. Ganz wichtig. Und dann sehen Sie eben hier die Abkürzung auch dazu. DMA-STP. Was bedeutet das? Gehen die Orders direkt an den Markt? Gehen die Orders in den Liquiditätspoolen? Werden dann praktisch dort aufgefächert und suchen jeweils den besten An- und Verkaufspreis? Das ist wichtig. Das können Sie mit Technologie natürlich erzeugen. Nur manche Broker stecken das Geld lieber ins Marketing. Was auch immer für Marketing. Ich will das jetzt nicht ausdehnen. Sie wissen sicherlich genug, wenn Sie Broker irgendwo transparent aufleuchten sehen. Es macht mehr Sinn, das Geld in die Technologie zu stecken. Und genau das haben wir getan. Da gab es heute Morgen schon eine Stunde einen Vortrag in Sachen. Wo haben wir unsere Server stehen? Wohin ist das Geld geflossen? Warum haben wir das gemacht? Und das führt dann letztlich zu so einer Ausführung, wie sie es eben ist. Und nicht minder führt das zur Frage. Sie sehen es, wie es unten reinläuft. Mit wie viel Banken, Interbankenpool, arbeitet denn der Broker überhaupt zusammen? LPs, Liquiditätsprovider genannt. Eine entscheidende Frage. Hier sehen Sie unsere Execution LPs, Banken, 19 an das Stück plus X. Das wären dann Hedgefonds, die dann praktisch auch noch Preise in den Markt routen. Und das ist mal die Top der Top-Tier-1-Banken, die wir hier sehen. Und ich kenne auch genug Broker, die bieten beispielsweise vergleichbar nur vier solche Liquiditätsprovider an. Und dann kann man ja unter dem Strich schnell sagen, wenn nur vier oder beispielsweise nur einen Liquiditätsprovider zur Verfügung stellt, wie transparent ist denn der Preis? Ist das der fährste Preis, den Sie tatsächlich bekommen oder nicht? Und die Frage müssen Sie sich stellen. Wenn Sie einen großen Pool haben, aus dem man Preise schöpfen kann, dann sieht das so aus. Gehen wir noch ein Stück weiter. Warum überhaupt ein Preispool? Jetzt habe ich Ihnen mal meine Grafik vorbereitet. Die sieht ganz interessant aus. Sie sehen eigentlich mal, wie es grundsätzlich ablaufen sollte. Rechts der kleinen Terminal, also der Kunde, der praktisch eine Order anfragt. Bid and Ask, An- und Verkauf. Dann geht das hier zu so einer Art Bus-System. Das ist die Technologie, die dahinter steht, um den Preis zu finden. Und hier haben wir ganz viele Nabelstellen an die Top 10, Top 20 der ganzen Liquiditätsprovider. Und da wird praktisch der beste Preis für Sie gefunden. Wie sieht das bei einem Market Maker aus? Gehen in die Leere. Ich mache das nochmal zurück. So muss das aussehen. Und so sieht das bei einem Market Maker aus. Das heißt, hier fehlt erstmal völlig die beste Preisfindung. Hier fehlt völlig der Liquiditätspool. Und ganz unterm Strich fehlt natürlich dann der Post-Trade-Transpare-Report. Ich zeige es Ihnen nochmal. Da unten ist er. Da fehlt dann der Nachweis, wie werden Sie eigentlich ausgeführt. Und da fängt das Kind dann an, so langsam ins Schaukeln zu kommen. Wenn nämlich so eine Transparenz vorherrscht, dann wissen Sie, da werden Sie fair behandelt. Wenn das aber so aussieht, dann wird es düster. Und ganz ehrlich, wenn ich handele, dann suche ich die beste Ausführung, will die auch haben. Wenn ich die nicht bekomme bei einem Market Maker oder Dealing Desk, dann tut es mir leid. Dann muss ich mich nach einer besseren Stelle umsehen. Aber wir sind längst noch nicht fertig. Geht weiter. Denn so läuft das beispielsweise bei uns ab. Die gleiche Folie. Kleinterminal fragt nach. Hier ist Ask und Bid. Preise erstmal irrelevant. Die werden, wie gesagt, hier ins Bussystem transferiert, in die Technologieausführungsstellen, in die Aggregatoren sozusagen. Und die finden, hier haben wir im Millisekundentakt Preisstellungen. Wenn Sie das jetzt hier im Detail mal schauen, dann haben wir hier den besten Ask hier oben. Und den besten Bid hier unten. Und das variiert von Sekunde zu Sekunde. Das Ganze geht zurück an den Kunden. Und bei einem ECN, DMA, STP Broker sehen Sie eben dann nur die fairesten Preise in Ihrem Terminal. Die, die Sie vom Interbankenpool bekommen. Macht Sinn in meinen Augen. Denn hier, wie gesagt, bei höheren Spreads von 1,52 Pips, da verdient der Broker ganz dick mit. Und das kann nicht sein, das ist Ihr Verlust, den Sie praktisch auf der Strecke lassen, wenn hier keine faire Ausführung erfolgt. Und wenn ich von der auf der Strecke lassen spreche, dann kommen wir jetzt, leider könnte es in die Slides ein Stück verrückt, aber es ist nicht so schlimm. Wir haben eben im Vertrauen schon einmal über die Überprüfung nachgedacht. Viele Fortgeschrittene, oder auch ich selbst habe mir früher nie die Frage gestellt, wie werde ich eigentlich ausgeführt. Ich wollte einen Preis haben, ich wollte handeln, das ist möglichst kostengünstig, super. Wenn man aber länger im Markt ist und dann tatsächlich ein Stück weit in die Tiefe geht und dann auch mal auf seine Handelsgebühren achtet, dann stellt man sich schon die Frage, was läuft eigentlich dahinter ab? Also, ist der Preis der richtige, den ich bekomme? Und da tun sich eben viele Fragen auf. Und da kommen wir jetzt zu dem Post-Trade-Report, der eben hier, möchte ich es mal mit Verlaub sagen, die Hosen runterlässt. Die Order kommt rein, die Order geht raus, wie wird die Order bedient? Und das wird in diesem Report dargestellt und den Report sollte man natürlich, wenn man am Tag 100 Trades abfeuert, nicht permanent anfordern. Da steckt ein riesen Aufwand dahinter. Wir haben übrigens am Dienstag zum Live-Trading original von einem Trade aus dem Live-Trading heraus einen Post-Trade-Report angefordert. Ich zeige Ihnen gleich noch Details, um eben dann festzustellen, wie wurde die Order ausgeführt, was ist am Markt passiert. Aber das ist ganz elementar, dass es die Option eben gibt, so etwas überhaupt anzufordern. Und auch hier nochmal im Vertrauen, neben dem, dass Sie die Core-Spreads vergleichen, die Sie vergleichen sollten, fragen Sie mal, ob es so einen Post-Trade-Report gibt. Sprich, lässt der Broker die Hose runter und zeigt mal, ob da Transparenz vorherrscht oder nicht. Und wenn da irgendeine Schwankung kommt nach dem Motto, machen wir nicht, wissen wir nicht, dann tut es mir leid, dann sind das keine fernen Preise, die Sie bekommen. Post-Trade-Report, da ist er. So sieht der aus, neun Seiten stark. Eine Order ist das, die hier sauber abgehandelt wird. Was ist da passiert mit der Order? Und da geht es natürlich darum, dass wir Ihnen dann darlegen, was passiert. Das sollten Sie, wie gerade eben schon gesagt, nicht bei jeder Order tun, sondern wenn es große Dynamik gibt, Volatilität oder wenn Sie das Gefühl haben, hier ist irgendwas nicht ganz koscher gewesen, ich möchte gern wissen, was lief hier schief oder die Ausführung war aus Ihrer Sicht nicht fair, dann haben Sie das Recht, den Post-Trade-Report anzufordern. Und dann kriegen Sie eben mit, wie gerade bei dem Beispiel mit dem Interbankenhandel dargestellt, wer führt denn eigentlich aus? Also welcher Aggregator hat die Order aufgenommen und in den Pool gebracht? Und dann zu guter Letzt, wo wurde die Order oder von welchem Liquiditätsprovider wurde die überhaupt ausgeführt? In dem Beispiel jetzt Deutsche Bank. Aber Sie sehen, da können alle anderen auch dabei sein, die in dem Pool mitschwimmen. Und da sehen Sie hier, aha, wo ist die Order hingegangen? Das heißt, da gibt es kein Market-Making-Dealing-Desk, sondern das ist der reale Markt. Und im Weiteren ist dann schön zu sehen, auf weiteren Report-Seiten, gibt es eine positive, negative oder eben eine Nullinger-Slippage, No-Slippage. Und hier durchaus möglich, wenn Sie fairen im Intermarkt gehen, dass Sie auch eine positive Slippage bekommen, also sozusagen eine bessere Ausführung als eigentlich gewollt. Und auch das ist nachweislich durchaus mit einem richtigen fairen Zugang zum Interbankenmarkt möglich. Und dann kriegen Sie eben durchaus noch einen besseren Preis, als Sie eigentlich wollten. Ja, also neben dem, dass der Markt in der Regel, wenn er dann intransparent bearbeitet wird, sie ohnehin schon mal per se negativ abgehandelt werden, ist es eben im Sinne des direkten Marktzuganges durchaus möglich, auch was Positives daraus zu gewinnen. Und wir haben, ich habe es, glaube ich, jetzt hier nicht so stehen, aber ich meine, 0,07 Pips sind in der Regel die positive Slippage, die wir in gewissen Handelszeiten immer wieder bekommen haben, in der Mehrzahl der Kunden. Warum? Weil wir natürlich sowas hier machen und nicht an den Preisen rumspielen. Ganz elementar.